hallo und herzlich willkommen in der sechsten folge von minecraft jump and run hier bei den tiger assassin und ja dann schon sechs pro weiter von zwölf auf geht's king of the sechs abgeht immer fünftens nix mehr leute ab in alle ich habe mich er hat mich was ist das kölnischen peipel halt aber das bleibt man auch so ohne dass er drauf stehen bleibt weiter ja wo ich hab's schon ein paar mal fast verreckt bin ja ich bin jetzt nein ich hab's oh mein Gott alter ich weiß wohl nicht oh mein Gott bin ich behindert fang mich mal da ist ein richtig blöder Sprung von mir ja ja jetzt geht's hier das möchte ich nicht irgendwie manchmal so ne ganz komischen Funken die einen treffen können oder sowas Bichi bleibt mal hier drauf stehen bitte nein keine Vorteile geben mach das allein du hattest den Vorteil eben auch ja einmal ich hab's ich bin Hunger wer ist Henning ja gib Komi Henning ja gib Kofi ach Borksi bist du ich bin der beste was und der Entspunkt habe ich jetzt oh nein oh nein ich hab den ganz vergessen machst du oder sag ich ja natürlich doch geht's das sind meine ich hab nur noch vier neeeeeeeeee hunger Spalken und man kann glaub ich nicht man kann ja nur drei haben wow maximal hab ich na ähm hunger Spalken sonst kann ich nicht mehr laufen hä wow was ist das für ein Sprung ey und weil sie sind ja warte kurz alles klar sieht es ja richtig krass und ich fackten nirgendwo so für mich ja ich habe mein gott sei es war es alles von vorne machen ich da kommt so richtig krasser wieder das punkt wie ich komme nicht mal um diese komische seite dabei da kommt so recht wo da komme ich auch nicht und ja ich stand eben für sich treiblich ich meine ich mal nur einzuspringen bin ich behindert oder so jetzt bin ich nicht gescheuert ne du bist schwarz kann man überleiten was ist der krank 60 nicht Arsch der Baustelle aufzusprenzten was sind auch Gott bitte nicht lieber Lava noch wie saß ich auf Pies wohl ja aus das Ende ist dann ich weiß nicht in der nächsten auf dieser Seite nicht noch essen ich bin nein er um ein Katz hat er gekrackt alle wissen ja richtig guter Beinmann er bei der Fieber alle einer wobei erdacht der Kett Meckel die sie nicht singt ihr bivio ein Katz was oh gott ich bin auch gestorben wo du gestorben bist wer war das denn jetzt schon wieder ich habe jetzt ein tor aufgemacht oder schon von das ist ja richtig könnte jetzt alle da da reinspringen auch das wäre aber cheating und bock war den sheeting erst war schwarz aber er mag kein ich gehe mal um mann okay also ein theoretisch jetzt die der checkpoint sein dass wir uns sagen da geht es hier weiter auf geht er macht auch kannst du nicht theoretisch erwartet doch erst mal auf die anderen nein aber das ist alles schaffen ja aber warum das ist so dumm aber das nicht machen nur nicht spielen da wenn ihr einfach wartet bis einer deutsch ist und dann einfach mach es einfach zu so lange warte doch macht zu bewahrten dass alle da sind ja da geht das nicht einfach nicht fertig ist spielt einfach ganz normal ich denke ich mache nur zu schauen wo das ich gucke ich bin durch zu kommen warum ich mich nach tief war da wird erst also ich ich bin ich glaube ich bin eigentlich schon wieder es jetzt hier auch dabei gesagt doch mal nichts der mich jetzt konzentriert alter perfekt geteilt das ist übel der easy finde ich persönlich jetzt mal ohne witz jetzt sind es vielleicht hier drei leute noch im reich der abgabe der abgabe alles klar aber ich sehe auch ich bin ich bin ich habe 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 und für mich die 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 was denn warum ist ein spiel dabei trömer ist aber auch das war das war einmal das klappt er schafft es auch er hat es geschafft hast du auch geschafft werde ich wohl wieder der letzte sein oh gott nein 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 hat es doch nicht schafft ja alle hat sie nicht geschafft er muss auch ja schon mich ist versucht dann auch zu schauen oh gott sie sind wort sich von funken getroffen oder so was konnte ja keine ahnung na und gibt schlimmer aus dem leben mal dieser sprung ist auf 5 und wir haben auch so laußer du musst darauf ganz kurz stehen bleiben und dann wieder sprinten sowie boxy das ist übel easy der einzig sprung wie wir den jetzt ersten richtig schweren sprung warte ich kann jetzt zeigen wenn ich so weit komme ich finde was da richtig weit entfernt ist oder der da fall ich ja nicht mal in lava und da fall ich ja nur wieder auf den einschränken oder der jetzt hier ja genau den weiß ich ob sie heute nicht im checkpoint sein wenn ich und war gott der vor ein boxiner ich glaube würde es hier nicht willkommen war ein boxy nachfiegt best weißt du noch war auch ich habe gesprungen so ein mongos anhanden sein oboxie oboxie meine schöne stelle das sind vor von funken getroffen ich war von dem funken das ist so behindert mit den funken er ist auch hier er war er es ist auf anscheinend nach hinten wo ich gar nicht gemacht hab ups wo muss ich denn hier hin? hier, hier, ja genau oh, hier, ich seh dich kein Ding ich seh dich oh ja, hier springt sie runter ALTER wir drehen ja Ohrensaulen ne 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 ich hab mich jetzt verbuddelt er ist so weit wie nie schau sie der flying ninja